Kaspar Ludwig von Bredow war preußischer Generalleutnant, Ritter des Schwarzen Adlerordens und Erbherr auf Ilo. Er gilt als Lehrmeister des Kronprinzen Friedrich. Seine Eltern waren Sigmund Gottfried von Bredow und Barbara Christina von Pannewitz. Er ist der Bruder des Generals Friedrich Sigmund von Bredow. Leben Er begann seine Laufbahn im Regiment zu Fuß Dönhoff und kämpfte mit ihm im Spanischen Erbfolgekrieg. 1715 war er als Hauptmann an der Belagerung von Stralsund beteiligt. Am 4. Juli 1720 wurde er zum Major befördert, am 14. Juli 1730 zum Oberstleutnant. Als der Kronprinz Friedrich 1734 während der Rheinfeldzüge zur Beobachtung der Belagerung von Philipsburg geschickt wurde, war Oberstleutnant von Bredow einer seiner militärischen Mentoren. 1739 wurde er Oberst im Infanterieregiment Nummer 18, am 5. Juni 1741 Kommandeur des Leibkarabinierregiments. Mit diesem Regiment kämpfte er in den Schlesischen Kriegen, besonders in der Schlacht bei Tchottositz konnte er sich auszeichnen und erhielt den Orden. Im Mai 1743 wurde er zum Generalmajor befördert, am 28. Mai 1747 zum Generalleutnant. Im Jahre 1748 wurde er Ritter des Schwarzen Adlerordens. Im November 1751 ersuchte er um seinen Abschied, der ihm auch gewährt wurde, dazu erhielt er eine Pension von 1500 Talern. Er zog sich auf sein Gut Ilo bei Neubarnem zurück, wo er 1773 verstarb. Für sein Wirken wurde er 1851 auf den Ehrentafeln am Reiterstandbild Friedrichs des Großen verewigt. Familie Er war mit Dorothea Antoinette von Dachröden verheiratet. Er hatte zwei Söhne, die zum Militär gingen, und eine Tochter, die einen von Wolfen heiratete. Er war mit Dorothea Antoinette von Dachröden verheiratet.